1.400 Kilometer verlief die Grenze zwischen der DDR und der BRD. Also quer durch Deutschland teilte das Land in zwei völlig unterschiedliche politische Systeme. Diesen grünen Band, wie es sich heute nennt, wollte ich einfach mal folgen. Ich habe so viele Leute unterwegs getroffen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, voller Trauer, voller Leid, voller Wut, aber auch voller Hoffnung. Das war schon unglaublich eindrücklich.